Hallo, mein Name ist Bastian Nossen. Ich bin einer der Managing Partner der Heiko Group und habe heute eine ganz besondere Freude. Ich darf heute vorstellen den neuen Kollegen, Alex Gmeiner. Alex, stelle ich mir da ganz kurz vor. Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Alexander Gmeiner, 56 Jahre alt, komme aus dem schönen Rosenheim in Bayern, bin verheiratet und habe zwei Kinder und freue mich heute hier anfangen zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Du hast sicher einen Grund, warum du da bist. Es gab sicher andere Möglichkeiten sich irgendwo zu verdingen. Warum bist du bei der Heiko? Grundsätzlich ist es so, für mich ist es immer wichtig, dass der Kunde einen Nutzen hat, dass er einen Vorteil aus den Dingen, die man ihm anbietet hat und dadurch ist diese Kundenzentrierung, die Lösungen, die für Kunden wichtig sind, sind wichtig und alles, was dem Kunden nutzt, ist das Essentielle, was die Heiko bietet. Jetzt hast du nicht nur mich kennengelernt, sondern auch ein paar andere Leute bei der Heiko. Bist heute den ersten Tag dabei, wir haben ja schon seit ein paar Wochen gesprochen. Was ist dir aufgefallen, was macht das Team der Heiko aus und wie arbeiten wir hier zusammen? Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich als wie ein Freund in einer Familie aufgenommen worden bin und die Heiko als große Familie agiert. Jeder kümmert sich um einen, jeder sorgt für einander und passt aufeinander auf und das macht einfach den Spaß aus, dass man zusammenarbeitet. Vielen Dank, Alex. Ich hoffe, es hat Sie gefreut, den Alex kennen zu lernen. Ich hoffe, dass ich noch mehr Freude Ihnen auslösen kann, mehr über Alex und über die Heiko herauszufinden. Wenn Sie Interesse haben, mit uns ein Projekt zu machen, bei uns zu starten als Kollege oder Kollegin, dann melden Sie sich bei uns und ich freue mich dann auf ein persönliches Kennenlernen hier in Singen, in Zürich, in Düsseldorf oder in Südafrika, wo immer wir uns dann sehen.